Alles, was man beweisen kann, alles was man beweisen kann, als Heilmittel oder als Hilfsmittel für die Heilung, kann man benutzen, solange das nicht mit Magie oder mit Zauberei oder mit anderen Themen, die keine Wirkung haben, fertig. Hämiopathie sind bestimmte pflanzliche Mittel, die man benutzt, aber das Problem ist, bei manchen Themen, die sind viel Alkohol dabei und da sollte man vorsichtig sein. Und bei anderen Themen, die Wirkung ist psychosomatisch, die Wirkung ist psychisch eher, als dass die Wirkung echt ist. Und deshalb, wenn die Wirkung nicht echt ist, dann kann man sie nicht als Heilmittel benutzen.